Was geht? Wir sind... AT-STRESS Moin Leute! Moin Moin! Also, ja, das Thema unseres ersten Vlogs ist Mobbing. Und dann wollten wir euch mal fragen, was denkt ihr eigentlich über Mobbing? Genau. Und zwar, in der Schule werden ja öfters auch Leute gemobbt, so von wegen, ja, der sieht scheiße aus oder ist einfach ein Opfer. Und mein Kompany, also, er heißt Steven, ich bin Marcel. Wir haben uns schon öfters gefragt, warum die, die, die Leute mobben, warum die das eigentlich machen. Also, irgendwie, ich finde es nicht witzig, ganz ehrlich, muss ich auch sagen, würde ich jetzt ankommen und sagen, Digga, ey, du hässler und verpiss dich mal. Ich wollte nicht drüber lachen, es wäre irgendwie einfach nur demütig. Ja, ist nicht witzig. Also, ja. Genau, und, äh, und jetzt mal an die Leute, die halt auch schon... Wir müssen alle zugehen, wir haben bestimmt schon mal Leute gemobbt. Sogar wir. Ja, ja, wir, ne, ihr. Und, ähm, aber ganz ehrlich, an die Leute, die jetzt andere mobben, wir müssen uns mal einfach in die Lage von denen versetzen, also von den Gemobbten. Weil, irgendwie, stell dir mal vor, du gehst auf der Straße, bist halt, äh, sowieso schon nicht so beliebt und hast deswegen auch, äh, nicht so viele Freunde und so. Auf einmal springt ein Türker aus dem Gebüsch und zieht dich ab oder so. Ja, oder sagt, ey, du Opfer, verpiss dich, meine Kollegen und ich hauen mich, äh, kaputt, schlagen dir das Maul ein, machen deinen Kopf zu, äh, Babybrei, was auch immer. Ja, äh, Menschen sind halt, wie sie sind, da kann man daran halt nichts ändern. Ähm, und ich muss sagen, dass es eigentlich um den Charakter geht und nicht um das Aussehen. Das Aussehen ist völlig egal, ich meine, du kannst auch, ähm, die Charakter von dem Fuchs in ein Eichwännchen stecken, wo trotzdem ist da noch der Fuchs drin, also, ist vom Prinzip her das Gleiche. Und, ja. Genau, und, äh, auch die Leute, die sagen, ja, oder die sagen, ey, ich bin so cool, ne, ich schwöre auf Tom so mies, Alter. Äh, irgendwie ist das überhaupt nicht cool, weil, wann, wann ist man cool, wann ist, ich will euch echt mal fragen, schreiben in die Kommentare, ab wann ihr findet, wann ist ein Mensch cool. Was ist cool? Ja, genau. Ist ein Mensch cool, wenn er, äh, Leute schlägt, ist ein Mensch cool, wenn er gut aussieht oder wenn er übelst viele Freunde hat, weil ich finde, jeder Mensch, äh, findet was anderes cool. Und deswegen kann man eigentlich gar nicht cool sein. Und deswegen, wir werden jetzt auch mehrere Videos hochladen und mal versuchen, so, wie das so ankommt bei euch. Äh, ja, wir machen Game Vlogs, so ein paar witzige Fun-Videos, ähm, vielleicht mal draußen so Cover. Und, äh, ja, genau, das war eine Fahrkarte, das war irgendwie verschwächt. Und zwar, bin ich jetzt cool hier, ich war auf dem Flohmarkt, schön verscheppert, genau. Bin jetzt cool, ja, und, ähm, ja, Digga, ne, ich schwöre, ich hab Tom so mies, äh, der habe hier wenig Klamotten verscheppert, waren alle schon kaputt, ne, aber die waren alle so dumm, weil ich ja so cool bin. Weil es hier, ne, Cash, Digga, Cash, Digga, hier, frisst du das Cash. Oh, ich bin cool, wir sind jetzt offiziell cool. Ja, so sieht es aus, auch wenn ich kein Geld habe. Natürlich wäre das nicht cool, wir wollen auch gar nicht cool sein. Und deswegen, äh, like bitte, abonniert uns. Und schreibt in die Kommentare, wie gesagt, was ihr findet, abweilen, ein Mensch cool ist. Like, subscribe and comment. Yes. Wir sind... Wir sind... Wir sind... Wir sind... Wir sind...